So, Leute, ne, ah, wir spielen gar nicht gegen Volibear, das ist Volibear Jungle, guck mal, wir spielen gegen Camille, das ist sogar noch besser, allerdings haben wir halt Ignite mit, aber das ist okay, ne, ich bin nämlich Ilaoi OTP ab jetzt, Tentakel OTP, mm, ja, wir werden jetzt mit Camille unseren Spaß haben, ja, hoffe ich mal, na, wir haben jetzt die gewaffte Coin, Frage ist jetzt, Leute, und da brauche ich eure Hilfe, maxen wir jetzt die Q oder die E? Okay, normalerweise würde ich die E maxen, aber, da ist schon mal der Invade, aber das Ding ist halt, dadurch, dass jetzt die E gebufft worden ist, ist, glaube ich, der Q max besser, oder? Was macht denn Q? Damage, was macht Q? Also, man wirft auf den Gegner den Tentakel-Ding, und man kriegt Damage, oder so, 10, 11 Damage, oder was heißt das? Ne, man kriegt kein 11 Damage, oder? Ja, ich glaube, der Max auch Q Also, spätestens jetzt, warum werde ich gepinkt, Ilaoi, ähm, 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 sorry Also, fang unten an, ganz ehrlich, ich muss hier die Lane gewinnen Also, es ist halt schwierig so, wenn ich da, also, ne, also, ich hab Ignite, und, ne, ne, also, ne Fuck you, Ilaoi, na gut, ne, nehmen wir mal so hin Ist okay So, das Ding ist, sie invaden hier So, die kriegen jetzt erstmal Tentakel-Schlag, oh, lol, ich hab eh, stimmt, haha Ne, aber, äh, der hätte getroffen, Leute Das heißt, rein theoretisch hat sie jetzt nur noch so 75% Leben, so viel hätte sie das gemacht Oh, schade Schlag Okay, sie hat ihr Schild, das ist auch nervig Aber ich hab gecoint Das ist cool Hier, noch ein Coinschlag, geil Eigentlich macht es Sinn, das jetzt direkt reinzuböllern, oder? So ein Pott Machen wir einfach Sobald ich das Ding treff Jetzt Nice Alter, ich krieg hier übelste Coingeld, Leute Glaube ich hätte sie eventuell töten können, hätte ich früher, aber Naja, gehen wir das Safe an, nicht, dass sie da wieder mit 3 AP wegkrübelt Das ist aber schon ziemlich not so bad, ne? Ziemlich not so bad Wir wurden mal hier Ist sie schon shoppen? Ja, moin Achso, ähm, ja, okay, ne, ist sie nicht Ich bin aber unterwegs Ah, der ist tot, der Inted Komm, ich bin da Ich bin, hier, spring, 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 spring Ja, ja, okay Ja, ich mein, sie ist Level 1, no? Later, bitch Ja, okay Das ist aber okay Ist der Ingame-Sort irgendwie übel laut, oder? Habe ich das Gefühl nur Hättest du nicht den Klo angriffen, wenn sie glaubt, ja, hätte die Fahrradkette Na Problem ist, dass wir gerade hier oben sehr viele Minions verloren haben Aber so schlimm ist er euch gar nicht, weil wir Wobei sie hat Teleport, aber Können wir jetzt direkt so ein bisschen in den Tower rein pressern Hab Na, kacko, okay, Kanone hat sie immerhin verloren Problem ist halt, wir keunen noch ein bisschen, bevor wir shoppen gehen, Leute Können wir mal hier drauf kloppen Wobei der kriegt reduzierten Schaden noch, ne? Oder? Sieht auf jeden Fall so aus Naja, shit Was ist denn das jetzt hier? Heilung ist das, oder? Zehn? Ne, was ist das denn? Ich hab keine Ahnung Keine Ahnung Na, aber Hauptsache das macht alle Damage Das ist wichtig Das ist der Wichtigste Hauptsache macht alle Damage Nice, geil Geil, äh Guck mal, wir tönen sie gleich nochmal Ähm, was ist das hier alles? Wir hauen das einfach alles rein Na, alles einfach reinkloppen Ich mein, sie hat ja auch nur ein Flasen Sie hat ja nicht mehr Items als ich Das ist ja okay, soweit Das lässt sie ja stehen, ja? Oh, was? Nein, ich glaube, ich sterbe Tentacle Damage, Tentacle Damage Tentacle Damage Äh, ah, ja, 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 ja Oh mein Gott Oh mein fucking Gott Ja, ja Really? Oh mein Gott Illaoi, Gott, X, Fake Up, GG, Broken, Server Ja, moin Alter So Ähm, was kommen wir denn jetzt? Wir gehen auf jeden Fall für 100.000 Damage Pro Minute, Sekunde Sollen wir Black Cleaver first gehen? Oder lieber Ähm, Schwert, Schwert Ähm, noch ein Schwert Let's go Und Control-Bot So Die Kimmel tiltet, safe, ja Die tiltet auf jeden Fall, kann man sagen Ja, aber hat sich halt mit dem Fall schon angelegt Dann passiert sowas halt, ne? Ich hab aber bisher noch kein Geldbeutel Ich klopp doch permanent auf die Kimmel, oder nicht? Noch kein Geldbeutel bekommen Wer ist dieser Spieler? So Guten Tag Einmal bitte dein Leben Ja, 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 ja Geht bitte fort Zack Gesmasht Gesmasht Und Ja Wieso kriege ich keine Geldbeutel, bitte? Einmal bitte den Geldbeutel zur Kasse 3 Dankeschön Geldbeutelsprung Geldbeutelsprung Ja, 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 ja Ja, 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 ja Geldbeutel Nix Ich krieg keine Geldbeutel, Leute Was soll ich tun? Wurte ich genervt, oder so? Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll Wurpp Wurpp Geldbeutelsprung Turnbeutelsprung Prrrupp Ja, damit Grazie Prrrupp Oh, neuer Gott Oh, Mist Mistige Granne Dann holen wir uns das Geld hier aus dem Turm, Leute Das Geld liegt im Turm Altes Sprichwort Altes römisches Sprichwort Wir haben Ult übrigens Können wir sie töten? Ja Ja, 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 ja Uuuu Nice so grande schön. Geil. Richtig geil. Ich meine, ich habe ein bisschen Glück, dass es nicht gegankt wurde bisher, aber richtig geil. So, gehen wir mal shoppen. Ich würde sagen, wir... Das ist jetzt ein bisschen gefährlich, aber... So. Clean. Ich habe auch schön ihr E gedodget. Das kann man ja mit der Ult machen. Du bist ja quasi ununterbrechbar in der Zeit. Na, das heißt, wir kaufen uns jetzt das hier. Jetzt kaufen wir uns das hier. Und wenn wir jetzt irgendwas berühren, dann tut das richtig Schweine, Affen, Titten, geil weh. Also wirklich. Also wirklich, also wirklich. Ich glaube, wenn wir Death Strands First haben, ist es halt... Aber ich habe noch keinen Geldbeutel bekommen, Leute. No Geldbeutel Gameplay. Geht doch einfach Jumus. Könnten wir auch. Können wir danach gehen. Full Lethality. Aber ich denke, der Stance ist schon eine gute Variante erstmal. Eigentlich ist, glaube ich, auf Ilao weniger Damage, mehr Damage. Weil du dadurch... Du hast eh unendlich viel Schaden. So. Geldbeutel schon. Ding. Genau. Genau den. So. Frage ist... Na? Na? Einmal das hier draufgehauen. Zack. Ja. Ne? Das ist schon ganz nett. Sie hat mein Wort gecleart, das Miststück. Aber die kommt doch jetzt gleich. Wir tun so, als würden wir hier. Und dann saugen wir sie gleich. Lüpp. Aha. Lüpp. So. Jetzt warten wir. Obwohl... Ach, scheiße. Stimmt. Sie kann out of things laufen. Ich wollte auf die nächste... Auf die nächste Coinprog warten. RIP. 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 Wir haben wieder Ulti gleich. Aber... Wir wollen nicht übertreiben. Wobei, sie ist schon about to die. Almost. Das lässt sie ja schön da stehen. Ja? Die Tentakel lässt es schön... Tentakel sind im Haus. Ja? Hier. Bam. Tentakel... Wir müssen aufpassen wegen Dark Flast. Dark Flast. RIP. Later, Bitch. Nein. Oh, ho. Ich habe aber auch ein bisschen Glück da, oder? Oder ist das Skill? Können wir jetzt darüber diskutieren? Ich würde sagen, es ist Skill tatsächlich. War einfach gut abgepasst. Im richtigen Moment. Na ja, schön gedivet. Richtig. Alles richtig gemacht. Einfach der Eli OTP. Ich höre einen Teleport. Wir haben mal schnell noch einen Kicks rein. Ich muss jetzt nur... Okay, das hat es jetzt irgendwie ein bisschen verkackt. Ah, okay. Na ja, schade. Wäre geiler gewesen, wenn hätte Camille mich gekillt. Na, jetzt hat er hier 700 Kneten bekommen. Aber wir haben Death Stands, Leute. Und Schuhe. Also, seitdem könnten wir Jumus gehen, aber... Uff. Profitieren wir eigentlich von dem Buff of Death Stands? Haben wir irgendwas, was Magic Damage macht? Das macht gar keinen... Oder jene? Hier, äh... Ne? Ähm... Ja. Ne? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir verkaufen mal... Kriegen wir da Geld für? Geil. Geil. Black Cleaver, Jumus ist Int. Ja, manchmal muss man vielleicht erst Inten, um zu gewinnen. Vielleicht. Vielleicht das, vielleicht auch nicht. Aber wir haben jetzt halt einfach einen 10 Minuten Death Stands. Das ist schon lecker, ey. Das ist schon lecker, du. Mein Tower kriegen wir auch bald. First Blood Do It. Könnte aber sein, dass Volley bald kommt. Ich habe immer noch keinen einzigen Kack-Geldbeutel bekommen. Nicht einen einzigen. Das kann doch nicht wahr sein. Also Damage ist jetzt auf jeden Fall insane, aber nicht... Ah, da ist er. Er hat nochmal Glück gehabt, Geldbeutel. Nochmal Glück gehabt. Was ist hier mit dem Turm? Ja. Ja. Ja, ja. Pass auf. Played outplayed. Ja, so hätte ich mir sparen können, aber musste auch mal sein, Leute. Bisschen Skill und bisschen Play und bisschen Disrespekt muss auch dazu gehören. So. Schön. Jetzt gönnen wir uns den First Tower. Ich habe sogar zwei Level bekommen oder was hier. Und klatsch. So. Jetzt hier, guck mal. Der Wave Clear, Alter. Klatsch. Geil. Sollen wir mal jetzt woanders? Ähm, ich... Wenn der Top-Laner den Swap einleitet, Leute. Guys, go top. I take bot now. Ich glaube, bot kann ich gar nichts machen, um ehrlich zu sein. Aber ich mache das jetzt, Leute. Ne? Ihr könnt jetzt oben gehen. Ich mache das jetzt hier. Hoffentlich. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ja, gerade gegen Lux habe ich mir halt auch vor allem die Mercury-Butts gekauft. Ihr könnt Top-Lane halt legit nichts machen, aber ist egal. Also, ihr könnt halt nichts machen auf der Top-Lane. Ihr könnt den Tower verteidigen. Das ist alles. Alles okay. Ich muss erstmal Zentakel spawnen hier unten. Erstmal ein bisschen heimisch. Komm. Ja, das ist schon nicht all bad. Wir müssen das ganz vorsichtig angehen, Leute. Erstmal müssen wir den Gegnern so ein bisschen das Gefühl geben, ja. Ja, die könnten was machen. Ne? Und dann töten wir sie. Na ja, ist schon nicht all bad, aber reicht noch nicht ganz. Komm schon. Lass mich ran. Na ja, das ist okay. Da kann ich mit leben. Das ist okay. Das ist nicht all bad. Und jetzt, vielleicht bleibt der Lux auch noch da. Guck mal, die bleibt sogar da, Leute. Auch nochmal einen Keks rein. Ja. Damage macht sie nicht. Na, ist okay. Haben wir Minions? Ne, haben wir nicht. Müssen aufpassen. Kommt gleich der... Guten Tag. Einmal bitte dein Leben. Wirklich? Wirklich? Die überlebt? Oh my goodness, Alter. Okay, das war ein bisschen greedy, aber... Die braucht das Geld, sind wir ehrlich. Das ist nur fair. Das ist wirklich nur fair, wenn ihr das Geld kriegt. So. Aber, ey, ohne Witz, ich hab 3000 Milliarden Procs. Oder heißt das hier? Ich hab 11... Ich hab locker mehr als 11 geprockt, oder? Oder was heißt? Ogeti, Sache, Ghiati. Ich hab locker eine Million mal das ausgeprockt. Und hab 200 Gold nur bekommen. Ein Geldbeutel. Uff. Wie sieht's hier aus? Ja. Du hast 11 Items bekommen. Ja. Ich mein... Wo ist mein Geld? Oh Gott. Ich könnte aber die fliegende Knarre machen. Die... Der fliegende Basketball, Leute. Da würde ich mich sehen. Wirklich? Muss das sein? Aber ich bin schnell, irgendwie. Klopp. Ha. Einmal... Auf den Kopf drauf. Nice. Hier gibt's auch nochmal. Auf den Sack. Dann getten wir jetzt hier mal den Turm. Dann machen wir das mal, was meine Butler nicht geschafft hat. Getten. Ich würd mich sogar sehen hier bei einem Dive nochmal. Sie hat alles benutzt. Aber sie hat halt einen Kackstift in der Hose. Ja, later, bitch. Sag mal, wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Hier alles rein. Alles... Wie so ein Junkie hier. Alles... Alles rein schlüpfen hier. Ja, ähm... Ja, ähm... Karton, 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 Karton... Machen die Gegner eigentlich auch Schaden oder ist das nur Zorziierte? Jetzt wird's ein bisschen eng langsam. Aber es geht. Ne, übel gar nicht eng. Können auch weitermachen. Obwohl ja... Ja, ich glaub, wir machen mit dem Black Cleaver fertig, I guess. Ne? Da können wir ja jetzt unserem Midlander sagen, dass der mal freiräumen soll, dass wir im Midland gehen. Ich glaub, das ist der Plan. Ähm... So, wir verkaufen weiter Schwerter. I take mid now. So. Wobei, ich glaub, Mitte ist sowieso RIP jetzt. Ne? Oh, wir sind gar nicht full life RIP. Mitte ist RIP. Na gut. Ja, wir gehen trotzdem Mitte, Leute. Wobei, Zeitlands eigentlich mehr Bock machen, muss man sagen. Ja, moin. Danke, EloGaming7. Vielen Dank dir. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Vielen Dank. Für Le Saburino. Le Saburino. Alter. Na, guten Schaden kriegt der auf jeden Fall. Kann man nicht verneinen. Warte, hat er das nicht getroffen? Really? Fuck, jetzt haben wir ein Problem. Obwohl, haben wir ein Problem oder nicht? Ich glaub, wir haben nicht mal ein Problem. Sad base. Ja, das Death Dance killt mich. Okay. Ich bin immerhin von Death Dance gestorben. Nicht von ihm. Also, zwar von ihm, aber... Ja, ich mein, stellt euch mal vor, wir hätten mit der Ult was getroffen, Leute. Das war ja das komplette Massaker hier. Äh, eh net, du musst noch lange in die Bootsschule. In die Bootsfahrschule, bitte, ja. Die Bootsfahrschule, mein Freund. Aber danke dir. Vielen Dank. Welcome. So sollen wir Lethality kaufen, Leute? Ich glaub, wir kaufen Lethality, Leute. Jumos. Und dann gehen wir aber an Tank Item. Eigentlich wär's klug, jetzt ein Tank Item zu gehen, so dass die Steraks, weil... Ich hab so unendlich viel Schaden, dass mich niemand killen kann. Äh, Quatsch, dass ich, ähm... Also, ne? Ihr wisst, was ich mein. Ich hab so viel Schaden, dass ich quasi nur tanken müsste. Und überleben müsste. Braucht kein Damage mehr. Wahrscheinlich bis ins Endgame brauche ich kein Damage mehr, aber... Ja, wenn du halt mehr Schaden hast, ist es halt lustiger, ne? Kennen wir ja. Ich denke, deswegen gehen wir jetzt auch auf die Sidelines. Jetzt ist es ein bisschen lustiger da. Ne? Zack. Einmal hier noch die Midland mitnehmen. So, ich komm mit zur Party. Ich bräuchte Karma an meiner Seite. Karma, come with me. Karma, come with me. Guck mal, hier ist jemand. Hier ist ein Dings. Hä, lol? Dumm? Ah, es reicht nicht. Obwohl, ne, es wird nicht reichen. Sie ist relativ geslooooooo... Kommt schon! Saugt, ding! Ja! Zack! Ah! So wenig! Ich dachte, die kriegt noch ein bisschen Damage. Oh, rip. Ah, sie ist gestorben! Vom Tentakel oder was? Hahaha! Ah, later! Later! Ähm... Dein Ernst, willst du das wirklich machen, kurze Frage? Okay, jetzt wird es ein bisschen viel. Jetzt wird es ein bisschen viel. Ja! Das ist okay! Dead escalated quickly. Leider zu spät. Und ein bisschen deep, aber... Das ist eigentlich okay. Alter, was, ein Gemetzel! Wir haben jetzt Jomus und dann gehen wir tanken, Leute. Dann gehen wir tanken. Was, ein Gem... Ich bin... Ne, hätt ich... Stellt euch vor, ich hätte dann Stirax gehabt. Dann wären die alle weggepentert worden. Ne, ähm... Aber halt nicht so schnell. Da musst du halt klatschen und die müssen alle sterben. Mit der E-Kam niemand umbringen. Echt nicht. Ich dachte, das geht wohl. Schade. Uns fehlt halt noch, äh... 40er. Ich glaub, wir warten noch im 40er. Deine Flask hat sie, glaub, gekillt. Ich glaub, das... Also entweder die Flask oder ein Tentakel war's. Weil hier war noch so... Ich glaub, der Tentakel war's. Der war nämlich hier. Und sie ist hier so lang gelaufen. Und dann hat der hier so zugeslashed. Puh. So. So, wir haben Jomus. Let's go. Jomus to lane. Ich glaub, wir gehen jetzt mal auf Sightlands erstmal, Leute. Wir gehen top lane. Naja, bot lane gehen wir. Das noch ein Turm. Bot lane. Wir nehmen die Valve und dann gehen wir bot lane. Meins. So. Hier ist auch was. Würde ich mich auch sehen, tatsächlich. Ja. Ja, 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 ja. Guter Schaden. So. Gehen wir mal bot lane. Ich hoffe, ihr macht da nichts verkehrt. Ich werd bot lane durchgehen, Leute. Ich bin raus. Ich bin raus. I'm out. So, wir müssen jetzt hier nämlich das Tentakel-Paradies aufbauen und hier überall Tentakel spawnen. Die ganze Zeit. All day long quasi. Das ist Tentakel-Paradies. Zack. Leute, da oben muss jemand Camille deffen. Sag mal, wieso intet ihr eigentlich alle? Leute, da oben, das muss jemand deffen. Holy fuck. Wir könnten die Jomus fliegende Schelle machen. Ja, war nicht so effektiv. Aber dafür kriegen wir den Tower. Aber mir fehlt noch ein bisschen was an Damage. Die Frage ist, bleiben wir hier? Camille hat hier immerhin den Tower nicht bekommen. Ich glaub, wir bleiben hier. Oh, ein Red Buff wär geil. Das wär richtig geil sogar. Auto-Tag-W. Auto-Tag-W. Also. Ups. Ja, dann das gleiche nochmal. Mach mal das gleiche einfach noch einmal. Kacke, war ein bisschen früh, aber ist okay, glaub ich sogar. Ja, das ist ein bisschen... Wir brauchen jetzt Tankiness unbedingt, Leute. Naja, sonst können wir sowas hier nicht machen. Naja, wir brauchen... Was ist das hier? Weg damit. Wir brauchen... Ich glaub, Sterex wär das Beste, als wir uns kaufen können. Oder ne Spirit Visage, Leute. Ich glaube, sogar Spirit Visage wär noch geiler. Oder wie? Ich mein, wir können beides kaufen. Kaufen wir erst Spirit Visage. Und dann kaufen wir uns... Naja, ich mein, die haben ja auch relativ viel Magic Damage. Hier so ein bisschen, da so ein bisschen... Ja, okay, das war's doch schon. Alter, die kann man auch Ultimates treffen. Ja, das Ding ist, ich war ja gezwungen zu ulten, so. Naja, weil, also... Ich hab ja so, wenn ich hab Tee, wenn ich einmal schlecht die Catch werde, muss ich sofort ulten, so. Weißt du? Und dann... Naja, das ist der... Ich kann mir nicht immer zwingend aussuchen, wann ich ulte. Naja, wenn... Wenn... Auf einmal überall die Party abgeht, dann muss ich halt ult drücken. Ob jetzt jemand da ist oder nicht. Ne? Ist halt eigentlich besser als Ghostblade. Nein! Hallo, Ghostblade ist der letzte Schrei auf Ilaue, ja? Also bitte. Der letzte Schrei. Wir müssen auch noch einen töten, Leute. Lux haben wir noch nicht gekillt. Wir müssen unbedingt Lux umbringen. Lux, Lux, Lux. Problem ist, dass ich meinen Flash immer so scheiß Waster. Und niemanden damit umbringe. Ups. Was ist hier los? Lol, er geht einfach weg. Dat... Dat ist Silber-Elo, Leute. Er geht einfach weg. Ja, moin. Aber 600 Gold dafür, dass ich es permanent geprockt habe, ist eigentlich gar nicht so geil, oder? Ich meine, okay, wir haben ja noch alle möglichen Pots und so bekommen, aber... Ne? Den können wir auch noch getten. Guck mal an. So. Nice. Den nehme ich wieder. Oh, da waren 100 Gold direkt. Geil. Geil. Ich möchte einmal Tentakel Paradise machen. Da hätte ich Bock drauf. Ich habe leider keinen Mana mehr. Leute, ich muss mal kurz Blue aufholen. Ich hoffe, das ist okay. Ich bin raus. Leute, ich bin raus. Hashtag Fake News. So. Ich hoffe, Blue ist da. Das wäre sehr gut. Nice. Den brauchen wir nämlich ohne Blue. Ohne mich. Camille ist die ganze Zeit am Splitpushen. Die kehrt gar nicht über ihre Basis. So. Ja, wir können jetzt auch Splitvisage fertig machen, aber... Na, guck mal mal. Ich würde halt gerne mal so ein Teamfight-Ult, aber irgendwie... Kommt das nie dazu. Nicht so richtig auf jeden Fall. Okay, dann machen wir erst mal ein Splitvisage, I guess. Ja, ich bin erst mal raus. Kaufen wir uns erst mal das Ding. 30% mehr Heilung. Das ist übel gut, Leute. Und noch ein Schwert dabei. Let's go. Na, jetzt noch... Jetzt wäre quasi noch Sterrax. Das wäre dann der OPGG-Build. Ich habe leider keinen Kaffee mehr. Oh, ich habe noch Vanillekaffee. Übel lecker. Hast du Vanillekaffee gesehen? Sieht übel gut aus. Du meinst optisch, oder was? Ich will saufen. Da kommt Ari. Das Ding ist, die... Leute, die denken, wir machen Drake, oder so. Oder machen wir Drake? Weiß ich gar nicht. Wo kommt sie lang? Da oben. Kacke. Hap! Na, gut. Ja. 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 Und... Klatsch. Gedankt. Einmal draufgeklatscht. Danke dir. I'm... I'm Mysticos. Mysticos, danke dir. Für deinen Sub. Jetzt sind wir gekommen. Ich will unbedingt jetzt nochmal kommen. Böllern. Einmal böllern, Leute. Ich müsste Flash-Böllern machen. Ich glaube, das machen wir, Leute. Ich sehe mich auf... Jumos into Flash-Böllern. Problem ist, es wird unterm Turm sein. Und es wird saugreedy sein. Also entweder ich werde sofort sterben, oder alles... All men must die. Eins von beiden Szenarien mitzgeben. Wir warten noch fünf Sekunden, dann geht's los. Drei. Zwei. Eins. All men must die. Naja. 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 Also es wäre geil gewesen, aber es sind halt... Die haben halt alle einen Kackstift in der Runde. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also ich bin überleben, oder eher nicht so? Ähm... Rylas wäre, glaube ich, geil gewesen. Old Flash. Ja. RIP, Alter. Ja. So. Ähm. Ja. Was soll ich dazu sagen, ne? Bitte, what? Vanille-Kaffee. Ich liebe Vanille im Kaffee. Du machst mir zu viel nach. Halt, stopp. Wer sagt dir, dass du mir das nicht nachmachst? Also ich hab, ähm... Ich glaub, wir gönnen uns gleich auch einen. Der schmeckt halt richtig lecker. Man darf ihn auch nur nicht so strecken, oder so, mit Milch. Das schmeckt er richtig geil. Ihr verliert das noch. Ja, so wie das Galio-Game, ne? Déjà-vu. Déjà-vu. Oh Mann, ich will doch einfach nur mal meine Kombos testen. Ist das zu viel verlangt? Ich nix nachmachen. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So, was ist hier los, Leute? Können wir jetzt mal enden, bitte? Da ist Ari. Jetzt sogar noch mehr als Ari. So, da hauen wir direkt mal drauf. Mittlerweile 800 Gold ist schon ganz okay. Kann man mit leben. So, wie sieht's hier aus? Ja. 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 Wir können doch... Machen wir erstmal das Ding hier weg. Zack. Ja, jetzt! Komm! Wo sind meine Zentakel? Warum sind die da oben? Ah, ist aber okay. Äh, der ist aber okay. Oh, komm schon. Töte sie. Äh, die kommt noch mal. Die hat Bock, Leute. Ah, wer ist der denn? Ja, moin. Moinsen. Komm schon. Komm her. Cut! Ah, okay. Das war zu much. Oh Mann, hier. Mach Ende. Oh no! Oh RIP. Ah. Ah. Uff. Ha. Oh. Eisenbravery, Leute. On its best. Ah. you are tilting too much wer tiltet denn hier sag mal wer tiltet denn hier schreibt man denn denn mit doppel enden es heißt ja denn und nicht den omega uff wir damit haben wir eigentlich 400 ade kann man machen kann man machen das hier funktioniert nicht mehr für potsner trip ja dann auf ein neues auf ein neues let's go leute durch die mitte ich bin da let's go da let's go ja komm mit mir brauche ich bin ein red boss kam ja werft alles kommt außer mit bei habe schon wieder gemein solcher bock leute habt ihr auch bock er wird 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 ja einmal gemetzelt ist bitte beim metzger einmal 50 halb und halb gemetzelt so feinlich war die lustige runde auf jeden fall war not so bad kann man machen this you can make kann man sagen hier war mein du mit der mensch war wahrscheinlich so der mensch war wahrscheinlich so ja das ist okay es ist okay